Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind dann der Güterzentrale Süd. Da kommt gerade ein Zug, das ist gut so, denn das muss so sein. Hier sollen ja noch viele weitere Züge fahren. So, jetzt sind wir aber so weit, dass wir tatsächlich gucken können, dass wir nach Streitau auch noch Brötchen bringen. Und was wir auch noch machen werden, das ist, wir werden noch Brötchen nach Hamburg bringen. Denn unser Hamburg liegt, äh, ja wo lag es noch gerade noch? Ach, äh, hier hinten, genau, Moment. Tö, 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 na? Sag mal, ich hab, ich hab gerade vorher geguckt, hab ich es noch gefunden. Jetzt ist es weggekommen. Ne, da unten ist es doch. Ach, beim Breitenfluss, okay. Weil die Idee wäre nämlich ganz einfach, dass wir mit dem Zug, weil hier haben wir keinen Hafen, mit dem Zug, äh, die Brötchen hier zum Hafen bringen, nach Weisswasser, und von hier aus mit dem Schiff die Brötchen nach Hamburg. Aber das ist erst das Übernächste, denn das Nächste, was wir machen, Das ist tatsächlich jetzt hier die Strecke nach Streitau. Ich habe auch noch die YouTuber Collection aktiviert. Die Lastwagen, die werden wir als nächstes dann auch verwenden. Und es gab eine sehr schöne Idee, nämlich einen Hochbahnhof zu bauen und den über einen Fluss rüber zu ziehen. Das würde ich gerne machen. Jetzt habe ich mal geschaut. Ich musste entsetzt feststellen. Den habe ich nicht aktiviert. Ich hoffe, ich finde den. Beziehungsweise, weil das ist er nicht. Der andere Hochbahnhof, der hat irgendwie eine Strasse. Ich muss mal gucken. Den muss ich noch aktivieren. Falls jemand gerade weiss, wie der heisst als Mord, sozusagen, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mir die Sucherei ersparen. Gut, wir haben hier den Bahnhof. Das heisst, wir brauchen Gleise. Ja, und zwar nicht mit B. Nein, nein, nein. Hier mit N. Und irgendwie, ich denke, es ist fast am einfachsten. Wir machen das aus der Richtung kommend und gehen irgendwie so hier rein. So geht es aber nicht rein. So sind wir noch dran. Ja, da müssen wir andocken. Anders geht es nicht. Das ist eigentlich auch egal. Dann machen wir das hier für einen kleinen Moment. Viergleisig. Bis, sagen wir, hier runter. So, und jetzt einmal diesen. Sehr gut. Und einmal hier nochmal ausfädeln. Fädeln können wir ja. Das haben wir lange genug geübt. So, und jetzt hoffe ich, ich bin auf der richtigen Seite. Das wäre angenehm. Ne, natürlich nicht. Okay, hätte mich auch gewundert. Aber das ist ja kein Ding. Das hat man schnell repariert. So, einmal hier lang. So, und jetzt neu verkabeln das Ganze. Einmal, ne, eben nicht da, sondern hier rein. Und hier, hier rein. Und dann gerne noch eine Weiche. Und dann haben wir das bereits. Dann können wir schon die Linie machen. Und, äh, ja, ganz klar. Hier kommen Krokodile rauf. Also, von hier nach hier. Hätten wir. Mal gucken, was wird gemacht. Das werden wir noch ändern. Wir müssen eh schnell schauen. Wegen den Signalen. Und das Ganze noch benennen. Das wäre dann Streitau. Lebensmittel, ganz einfach. Ist ja nichts mit LKWs. So, das hätten wir. Jetzt Signale. Äh, zack. Nehmen wir. Nehmen wir. Hier haben wir es für rechts, natürlich. Äh, wo können wir Signale setzen? Sicher hier eins. Und dann wahrscheinlich hier bei der Einfädelung. Ja, zum Glück. Zum Glück haben wir das jetzt so gebaut. Und sind nicht direkt hier reingegangen. Weil da wäre der Weg ein bisschen kurz gewesen. Also, das passt natürlich so besser. So, einmal so. Auf einen Block dazwischen verzichte ich. Jetzt müssen wir hier das Ganze noch regulieren. Man könnte das Signal vor der Strasse haben. Dann steht der Zug nicht auf der Strasse drauf. Und das hätten wir hier sogar. Ich würde das also lassen. In die Richtung. Ja, da werden wir noch mal kurz das Ganze ändern. Ähm. Und zwar mit einem Signal hier. Und dann geht es in die Richtung. Wo geht es denn hier hin? Hier geht es ja auch noch mal irgendwo hin. Da haben wir ein Signal. Da brauche ich nur hier unten noch eins. So, okay. Und in die Richtung haben wir hier einen Block. Machen wir hier eins. Das müsste im Groben schon stimmen. Gucken. Die Linie ist zweigleisig. Das passt. Vielleicht hier noch kurz aktivieren. Jawohl. Dann ist besser. Nicht ganz rausgehen. Wir wollen ja weiterspielen. Ja. Und dann ist das okay. Beziehungsweise hier vorne müssen wir das Ganze noch schnell organisieren. Wir hätten hier Streitau Lebensmittel. Moment. Ich brauche das anders. Ich brauche die Terminals. Streitau Lebensmittel müsste dann in die 8 rein. Wahrscheinlich. Kontrollieren. Jawohl. Jetzt passt das. Sehr schön. Ein Depot. Haben wir hier hinten. Das gucken wir wieder unglücklicherweise genau in die andere Richtung. Können wir natürlich trotzdem nehmen. Wenn wir hier rüber gehen. Machen und tun. Aber hier haben wir Gleise, die alle auch noch Platz wollen. Deswegen. Ihr ahnt es. Wir machen ein Depot. Oder sollen wir hier oben eins machen? Dann hätten wir schon mal eins hier für den Personenzugbahnhof. Weil. Guck mal hier. Hier passt doch ein Depot rein. Oder hier sogar. Wobei. Wir wollten ja hier noch ein bisschen Platz lassen. für allfällige zweite, dritte, vierte Gleise. Ich gucke mal. Ein Depot. Ein Depot. Das ist halt schon immer nie schlecht. Weil das passt sowas von genau hier daneben. Und das sieht doch einfach gut aus. Da können wir sogar über die Strasse rüber. Soll ich das ganz ranhängen hier? Das ist gar nicht schlecht, wenn wir das ganz ranhängen denken. Machen wir mal so. Gleis. Wir haben es so hier rüber. Gefällt mir jetzt schon. Und dann machen wir die Biege. Nämlich in die Richtung. Und gehen da rein. Passt auch schon. Hier aktivieren. Jawohl. Dann haben wir noch ein zweites Gleis. Da würde ich sagen, machen wir folgendes. Einfach so das Ganze. Jawohl. Dass das hier nur eingleisig drüber führt. Jetzt hätte ich hier gerne wieder meine Zwergsignale. Die hatten wir hier. Genau. Im Prinzip könnte man hier eins hinsetzen. Und hier. Man müsste nicht. Man könnte. Wohlgemerkt. Und dann gibt es das andere hier. Für die Einfahrt. Gut. Das würde auch passen. Dann brauchen wir einen Zug. Ja. Und da wissen wir eh schon, was es ist. Nämlich ein Krokodil. Oder zwei Krokodile. Ja. Wie viele? Sollen wir da zwei Züge machen? Wir machen zwei Züge. Äh. Elektrisch. Weil da können wir schnell gucken. Das eine Krokodil haben wir schon mal hier. Dann Krokodil wäre natürlich Lebensmittel einmal mehr. Äh. Und da nehmen wir sowas in der Richtung hätte doch Qualität. Tempo 100 ist zu schnell. Das Krokodil ist nicht ganz so zügig. So. Davon noch welche. Und hier oben die dunklen. Auch cool. Jetzt haben wir gerade noch einen Autosift. Das stört uns aber nicht gross. So. 140 Meter. Einen machen wir noch. So. Gut. Dann kaufen wir den. Weil jetzt wollen wir. Oder ich hätte gerne zumindest. Äh. Noch eine andere Krokodillok. Irgendwie sowas in der Richtung. Da haben wir auch noch sowas ähnliches. Oder hat man nicht mal so eine österreichische Orange? Das hat wieder die Frage, ob ich die geladen habe. Das weiss ich jetzt natürlich nicht auswendig. Öhm. Oder ist die weiter oben? Na die Auswahl ist. Da haben wir die ÖBB Sachen. Genau. Hier in Orange. Äh. Was war das? Konto wird verwendet. Ach ja. Ja. Ist ja okay. Aber das gibt es doch nicht. Immer dieses Origin, was rein funkt. So. Ähm. Ja. Nehmen wir die noch. Ich glaube ihr habt das im Video gar nicht drin. Bei mir ist jetzt hier so ein Origin Ding aufgepoppt. Also. Nein. Aber noch nicht dazu. Ich muss das Ding natürlich zuerst kaufen. Habe ich doch schon. Ich muss es löschen. Gut. Das ist, wenn hier fremde Sachen reinpoppen. Dann kriegt der Heisen durcheinander. So. Jetzt passt es. Dich löschen wir. Dich kaufen wir. Beziehungsweise fügen dich hinzu. Und jetzt Karkowaken. Gerne andere wie die, die wir schon haben. Logischerweise. Ähm. Ja sowas. Sowas würde mir ins Auge stechen. Das ist auch vom Tempo her in Ordnung. Nehmen wir. Moment. Jetzt muss ich aber die richtigen erwischen. Das waren die hier. So. Noch zwei solche. Und dann müsste es passen. Dann haben wir 104. Das war eigentlich fast zu kurz. Jetzt habe ich aber die erwischt. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte die hier. So. Zack. Zack. 130 ist okay. Kaufen wir. Dann haben wir die zwei Züge. Und die sollen auf die Linie. Streitau Lebensmittel. Sehr schön. Dann haben wir nämlich jetzt Krokodile auf der Anlage. Das freut mich. Natürlich. Da ich ein alter Krokodil-Fan bin. Definitiv. Schön. Bahnübergang gefällt mir auch. Muss das hier so? Wisst ihr was? Moment kurz. Das werden wir kaschieren. Das gefällt mir nicht. Ähm. Ich brauche einen Baum. So. Äh. Aber einer reicht. Ja. Der ist ein bisschen zu nah. Da ist natürlich dann der Zug auch gleich drin. Also sollen wir einen Busch nehmen? Wir müssen das ja einfach übertünchen. Ja genau. Guck mal. So können wir tünchen. So. Einmal so. Einmal. Da haben wir eine Kollision. Hier. Wir haben sie aber ein paar Sträucher hingesetzt. Das ist doch okay. Gut lassen oder laufen. Weil wir wollen ja schlussendlich mit den Krokodilen mitfahren. Ich würde sagen. Kollege Österreich lassen wir mal ziehen. Dann begegnen wir dem noch. Und fahren dann aber mit. Mit der anderen. Ist das die Schweizer Variante müsste? Müsste eigentlich die SPB Variante sein? Schon auch cool. Halt. Güterzug. Par excellence. Ja. Der Privatverkehr steht. Damit müsst ihr leben. Zumindest bis dahin. Wenn wir dann hier noch Personenzüge installieren. Das wird natürlich auch demnächst der Fall sein. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist so. Schnell sind die Dinger nicht. Das müssen sie beim besten Willen auch nicht sein. Oh. Jetzt gibt es aber doch Stoff. Ich glaube jetzt habe ich die Lokomotive beleidigt. Jetzt zieht sie von dann. Sehr gut. Unsere andere kann eigentlich auch schon raus. Jawohl. Da kommt sie auch. Ja. Das ist halt schon. Ja. Ein Paradebeispiel für Lokomotivbaukunst. Sag ich mal. Ich liebe diese Dinger. Eben. Hatte ich halt als Kind tatsächlich. Den riesen Wunsch. Hatte ich. Äh. Mal so eine Krokodillock auf der kleinen Anlage zu haben. Aber die Dinger waren dermassen teuer. Das ging einfach nicht. Und deswegen wahrscheinlich auch die Faszination für diese Lokomotive. Kannst du nicht fahren? Wir bräuchten hier eigentlich nochmal ein Signal. Aber gut. Das sind zwei Züge die jetzt hier rauskommen. Und daher lassen wir das. Weil jetzt setzen wir uns eh in Gang. Und wir steigen natürlich gleich ein. Hallöchen. Wie machen wir das? Wie sieht das am besten aus? Ja. So sieht man einiges vom Krokodil. So eigentlich auch. So wird man noch ein bisschen was vom Zug sehen. Weil das auch relativ schöne Wagen sind natürlich. Hier die Büsche. Frisch gepflanzt. Vielleicht würde ich sagen. Wir setzen uns hier irgendwie rauf. Moment. Hab's gleich. Irgendwie so. Oder vielleicht doch auf dem Wagen. Dass wir noch ein bisschen mehr sehen vom Krokodil. Ja. Gefällt mir besser. Machen wir das so. Ist ja eh keine ewig weite Strecke. Von daher. Und. Wir werden wahrscheinlich noch warten müssen. Weil der Kollege wahrscheinlich jetzt schon am Bahnhof war. Wird ich mal irgendwie meinen. Oder doch nicht. Ne. Wir können in unser Gleis rein. Ja. Weil es zweigleisig ist. Da kommt sowieso gerade ein anderer Zug noch. Genau. Das sind die Boslow Teile. Gedreht. Mit den Kesselwagen. Mal schnell drehen. Ja. Ordentlich. Das schlängelt. Das sind zwar keine Kesselwagen. Aber irgendwie sind das natürlich trotzdem auch so schöne Güterwagen. Mal drehen. Und danach geht's ans Wasser. Beziehungsweise. Ne. Wir brauchen hier in Boslow natürlich noch die LKWs. Oh. Und das wäre doch dann vielleicht etwas für die YouTuber LKWs. Muss mal gucken. Das hängt für mich ein bisschen von der Länge der Strecke ab. Also wenn das eine kurze Strecke ist in die Stadt rein. Dann möchte ich lieber irgendwie so. Ja. So kleine LKWs haben. Nicht diese 40 Töner. So. Da kommt der Kollege entgegen. Gehen wir doch gerade mal in Position und hören. Ja. Wie das schon quietscht. Man hat wirklich das Gefühl. Man hört, dass die Züge schwer sind. Sie ächzen. Sie kämpfen. Apfelbäumchen. Hallöchen. Ja. Cool. Ich glaube das ist eh ein bisschen außerhalb der Stadt. Sprich, dass wir hier eben tatsächlich vielleicht die YouTuber Teile nehmen können. Wir gucken gleich mal. Schönes Teil. Ja. Und das andere Stück gut, was die hier brauchen. Ich weiss gar nicht was das ist. Das werden wir nochmal schnell gucken. Ähm. Maschinen. Die werden wir natürlich auch von hier hinten. Also von hier unten bekommen. Da können wir die Gleise dann gleich nochmal mitverwenden. Wenn wir jetzt hier schauen. Es ist eigentlich eine gesunde Entfernung. Die Frage ist halt jetzt, wo brauchen die die Brötchen? Ja. Da haben wir indirekt Glück gehabt. Nämlich weit genug weg. Würde ich sagen. Wir brauchen Gebäude. Cargo. Das sind die Depots. Hier haben wir die Cargo Teile. Und dann machen wir euch hier hin. Ich weiss. Hier brauchen sie auch Nahrung. Aber mir geht es darum, dass wir die CO2 bei LKWs hier nehmen können. So. Wenn die hier langfahren, können sie nicht drehen. Das heisst, wir gehen hier mal raus. Schnappen uns eine Strasse. Und greifen der Stadt ganz kurz unter die Arme. Nein. Ich brauche aber die Kurve noch. Und das hier brauche ich nicht mehr. Ja. Sauber. Passt. Gut. Würde ich mal sagen. Können wir machen. Aber hier oben brauchen wir natürlich auch noch einen LKW-Port. Hm. Irgendwas. Ja. Da ist halt wieder die Frage. Gewass. Wie sieht es mit dir aus? Die finde ich eigentlich schon relativ cool. Terminal, Terminal, Stadt. Da kann man halt wieder alles mögliche einstellen. Randstein. Boden. Asphalt ist okay. Beleuchtung. Querverbindungen ist auch erwünscht. Drei Terminals. Wobei zwei reichen. Dann machen wir das mal bis hier hin. Und gucken mal. Dann sieht das so aus. Das ist doch eh nett. Machen wir es ein bisschen weiter nach hinten. Und machen die Strasse selber hin. Am Bahnhof hängen wir ja dran. Und dann sind das hier glaube ich sogar Einbahnstrassen. Sehe ich das richtig? Sonst machen wir Einbahnstrassen draus. Ist ja egal. Ähm. Ja. Ist eine Einbahnstrasse. Das passt sogar. Okay. Die Frage ist, welche Einbahnstrasse ist das? Die ist es nicht. Die ist es auch nicht. Moment. Das sehe ich so. Wäre ja gar nicht richtig. Äh. Das wäre die. 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 Ich glaube die haben wir gar nicht. Ne. Die haben wir nicht. Gut. Dann nehmen wir halt irgendwie eine die wir haben. Das müsste doch auch funktionieren. Einmal in die Richtung. Einmal in die Richtung. So. Das passt. Was mir da genau einfällt. Äh. Da gab es noch einen guten Kommentar. Dahingehend. Ich habe gesagt. Die KI. Dass sie hoffentlich die. Äh. Die Straßen noch ändern. Weil das sind ja immer noch steinalte Straßen. Überall. Und das stimmt leider. Das macht die KI natürlich nicht. Weil dafür müsste sie Häuser abreißen. Und das machen die nicht. Also die ist gut. Die KI macht das halt nicht. Die möchte nicht Häuser abreißen. Das heisst wir müssten hier tatsächlich selber noch Hand anlegen. Ich würde sagen das mache ich mal. Das mache ich aber wahrscheinlich eher im Auf. Weil so spannend ist das definitiv nicht. Wenn wir hier ein paar Straßen modifizieren. Also ich rede nicht von der Stadt. Sondern mehr oder weniger von allen natürlich. Und ich hoffe halt. Dass wir dann nicht in Weisswasser und so weiter. Wirklich nochmal die halbe Stadt abreißen müssen. Das wäre sehr schade. Gut. Ähm. Ja wir brauchen eine Linie. Von hier. Nach. Da hinten. Jetzt ist es doch ein ordentliches Stück geworden. Was machen die hier? Die gehen hier runter und drehen hier. Das müsst ihr nicht. Ihr könnt doch hier lang. Warum machen sie das denn nicht? Aha jetzt. Jetzt haben sie ja fertig. Aber die haben sich selber geholfen. Guck mal. Auch cool. So gut. Das ist. Streitau. Dann LKW. Und dann. Ja. Machen wir Food draus. Sehr gut. Dann brauchen wir hier ein Depot. Das könnten wir nochmal zum Bahnhof hinstellen. Wenn wir den Platz haben. Ich dachte gerade das wäre ein Swimmingpool. Das sah ein bisschen aus wie ein Swimmingpool. Ist aber kein Swimmingpool. Ja wie es normalerweise ist ein Markt oder sowas. M. Depot. Gebäude. Depot. Ja das finde ich halt schon immer wieder sehr nett hier. Vielleicht irgendwo hier wirklich zum Bahnhof hin. Oder hier rein. Passt das? Ohne dass dort irgendwie was gekappt wird. Ja das passt. Guck mal das passt perfekt. Klar ein Gebäude ist dann fällig. Ich gucke mal ob ich das noch hinkriege ohne. Ne. Das muss tatsächlich weg. Das ist eigentlich schade. Aber irgendwie mir gefällt das so gut dass das einfach hier hin muss. So. Zack. Hier müsst ihr halt ein kleineres hinstellen. So. Die YouTuber LKWs. Wo haben wir die denn? Da muss ich mal scrollen. Äh. Die sind glaube ich relativ deutlich zu erkennen. Ich glaube sie sind sogar angeschrieben. Äh. Schwere Transportserie. Ne das ist es nicht. Da. Da haben wir sie. Wo ist der Heisenberg? Zockt. Da. Da ist er. Nehmen wir die hier. Nehmen wir drei Stück. Weil die sind doch relativ gross. Los. So. Und das schauen wir uns jetzt natürlich nochmal in Ruhe an hier. Der heisse LKW. Cool. Die Heisenberg Lok gibt es natürlich auch noch. Die werden wir dann auch irgendwann verwenden. Aktiviert habe ich die bereits. Die sind schon sehr schön geworden. Diese LKWs. Also das muss man schon sagen. Die habe nicht ich gemacht. Also das muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen. Sollen wir mal kurz einsteigen. Ja die normale Kamera. Sehr schön. Können wir hier mal kurz. Sieht eigentlich auch nett aus hier drin. Aber diese Strassen. Die machen mich ja gallig. Das gibt es ja nicht. Lassen wir mal kurz raus gehen. Ich werde hier mal kurz die Probe aufs Exempel machen. Wie wir die Strassen ändern können. Oder inwiefern wir die Strassen ändern können. Ohne dass hier die halbe Stadt demoliert wird. Ja das sind schon wieder zwei Gebäude. Die dann weg sind. Die werden auch schön ausgeblendet. Dann sieht man es. Hier auch. Na hier kam nichts. Machen wir es mal. Schade. Das ist halt blöd dahingehend. Ich habe die Map tatsächlich 1850 gestartet. Ja gut. Jetzt die Häuser die müssen halt weichen. Wir brauchen die Strassen. Müsst ihr halt neu bauen. 1850. Und das heisst im Umkehrschluss eben. Dass sie eben die alten Strassen haben. Und nicht die neuen installieren. Weil sie eben keine Häuschen abreisen wollen hier. So. Aber wir sind ja nicht von der Stadt angestellt. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ich werde das wie gesagt im Off dann mal noch machen. Zumindest im Grossteil der Städte. Gut. Da kommen die LKWs gerade an. Sehr nett. Gut. Und jetzt würde ich sagen. Lasset uns zum Thema Schiffe kommen. Beziehungsweise. Zuerst brauchen wir noch mal einen Zug. Nämlich die Idee war. Auch von hier aus. Weil wir haben sogar noch ein freies Gleis. Und das führt sogar noch in die richtige Richtung. Nämlich nach hier hinten. Dass wir von hier aus. Mit den Brötchen. Hier zum Hafen düsen. Der hängt wahrscheinlich nicht dran. Ne. Hängt er nicht. Äh. Hier oben ist das. Wo wir abliefern. Man könnte es natürlich noch ein bisschen komplizierter sogar machen. Dass wir dann hier oben die Brötchen schnappen. Und hier runter bringen. Aber ich mache es anders. Ich hätte hier gerne einen kleinen Bahnhof. Direkt am Hafen. Einen Karko Bahnhof. Der dann von diesen Gleisen aus raus geht. Und dann eben mit dem Schiff. Beziehungsweise müssen wir hier natürlich noch ein Karko Teil installieren. Karko Hafen. Eben nach hier hinten. Nach Hamburg rein. Hier haben wir auch noch keine Karko Dinge. Aber das werden wir ändern. Das könnten wir im Prinzip machen. Indem wir den modifizieren. Wir könnten aber auch einfach einen zweiten Hafen hinsetzen. Äh. Güterhafen. Vier und gross. Dann wäre der hier daneben. Würde das schon mal funktionieren? Jawohl. Finde ich gar nicht schlecht. Aber so haben wir keinen Strassenanschluss. Aber ich würde dort hinten die Gebäude sowieso ändern. Wir machen mal, dass das dran hängt. Mehr oder weniger. Also die Gebäude hier. Die können eigentlich weichen. So. Weil hier brauchen wir tatsächlich den Strassenanschluss. Äh. Nicht ändern. Sondern bauen. Ja. Gefällt mir eben nicht. Ähm. Ich hätte gerne irgendwie die Strasse. Finde ich die besser? Ja. Definitiv. So. Die kommt mal hier hin. Und dann geht das hier. Noch hier rüber. Hier hin. Und dann sieht das doch eh schon aus wie so ein Hafengelände. Zumindest ein bisschen. Wir werden es noch bemalen müssen. Hier fehlen noch Kral und Co. Aber das kommt dann alles noch. Im Moment machen wir ja mal erst die Schiffslinie. Da hinten haben wir noch die Werft. Da hätten wir ein Depot. Sehr gut. Dann düsen wir mal nachher vorne. Und jetzt möchte ich aber bei dem Hafen. Mal schnell gucken. Geht das überhaupt? Ne. Das ist ja genau der. Wo wir nicht konfigurieren können. Weil er gemoddet ist. Na ja gut. Dann stellen wir hier auch den hin. Äh. Einmal drehen. Mal gucken wie das am besten geht. Kriege ich dich sogar hier rein. Ne. Das geht nicht. Das kann irgendwie nicht überlappen. Schade. Hier gefällt er mir eigentlich fast besser. Das Problem ist. Wenn wir hier dann den Bahnhof machen. Der muss natürlich dann direkt am Hafen dran hängen. Der ist zu groß. Der passt ja gar nicht hin. Weil das ist. Das sehe ich erst jetzt. Dann machen wir mal klein. Ja. Das würde passen. Weil äh. Das ist halt ein Fluss. Und der Fluss äh. Hat nur diese Breite. Das heisst wir können hier nicht einen Hafen hinstellen. Der hier hinten dann auch noch rauskommt. Hehe. Gut. So eine Straße brauchen wir als erstes. Ja. Machen wir das mal so. Und wo gehen wir mit der Straße hin? Ist das eine Sackgasse? Ich würde sagen ja. Das ist eher eine Sackgasse. Sackgasse. Gut. Das hätten wir. Ähm. Wir bräuchten. Den Zug noch natürlich erst mal. Oder sollen wir schon die Schiffe mal losschicken? Ich würde sagen wir schicken die Schiffe schon mal los. Die fahren natürlich leer. Das ist klar. Das wird sich aber ändern. Wir brauchen eine Linie. Von hier nach Hamburg. Das wäre er hier. Ja. Da wird gerechnet. Müsste eigentlich funktionieren. Jawohl. Sollte kein Problem sein. Und das wäre dann. Da machen wir ganz einfach Hamburg. Äh. Karko. Schiff. Und dann machen wir Lebensmittel. So. Passt. Das Depot haben wir. Äh. In Hamburg. Kaufen wir die Schiffchen in Hamburg. In dem Fall würde ich vorschlagen. Das müssen jetzt ja Karko Schiffe sein. Äh. Fahrzeug kaufen. Karko. Und Güter. Sollten sie. Ja. Halt. Lebensmittel natürlich transportieren. Da haben wir schon eine Auswahl. Was wäre denn da was schönes für Hamburg? Irgendwie die hier gefallen mir natürlich schon sehr gut. Sollen wir mal die nehmen? Ja. Machen wir mal. Kaufen. Kaufen. Nochmal kaufen. Machen wir mal drei Stück. Die werden ordentlich Kapazitäten haben. Bisschen raus. Und dann haben wir Hamburg Karko. Aha. Und dann haben wir wieder den Hinweis. Das funktioniert nicht. Habe ich hier den falschen Hafen erwischt? Glaube nicht. Mal schnell. Linie. Äh. Hamburg West. Wäre er hier. Güter. Wirst eigentlich funktionieren. Und hier hinten. Und das sind ja beides grosse. Bahnhöfe. Eigentlich. Äh. Da habe ich eigentlich auch. Weisswasserzentrum. Und das ist hier der Hafen. Also irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen. Es ist schwierig hier rein zu kommen. Aber im Endeffekt. Müsste das doch gehen. Wir konfigurieren mal. Wir haben hier eigentlich Güter. Teile. Na hier mal sowas noch ran. Wird es ein bisschen grösser. Einmal so. Dann Anlegestelle. Befindet sich ausserhalb des befahrbaren Gewässers. Ist das natürlich eher schlecht. Weil haben wir hier gar keine grossen Docks. Ich weiss jetzt tatsächlich nicht wo das Problem ist. Ähm. Moment. Ja. Doch. Irgendwie so. Dann müssen wir doch im befahrbaren Gewässer sein. Rein theoretisch. Ja. So geht's. So. Das wäre der grosse gewesen. Das sind aber auch schon grosse. Verstehe nicht warum das nicht geht. Schiffchen. Was habt ihr für ein Problemchen? Redet mit eurem Cheffe. Sagt ihm was euch nicht gefällt. Wie sieht es denn hier aus mit den Anlagestellen? Da haben wir doch auch grosse. Das passt. Ich mache mal nochmal Güter. Grosses Dock. Mal gucken wo es hingeht. Wo es hin will. Ja. Da werden zwei Gebäude entfernt. Na gut. Die gehören eh nicht zum Hafen. Die können weg. So. Jetzt kriege ich aber wahrscheinlich die Anlegestelle nicht hin. Jawohl. Das geht nicht. Gut. Nochmal ein Dock. Ich weiss nicht wie ich die Maus hinhalten muss. Dass ich das gewünschte Resultat bekomme. Jetzt. Okay. Anlegestelle. But. So. Jetzt nochmal gucken. Ich bin fast überzeugt. Ich kriege die Schiffchen immer noch nicht da rein. Äh. Ne. Raus. Hamburg Cargo. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Kein Weg für grosse Schiffe. Das stimmt doch nicht. Wir haben doch jetzt hier die grossen Terminals gemacht. Gibt es doch nicht. Ne. Dann machen wir halt kleinere Schiffe. Das ist ja eigentlich auch egal. Ich möchte jetzt hier einfach Schiffchen haben. So. Verkaufen. Fahrzeug kaufen. Was ist ein kleiner. Das hier. Das müsste mit Sicherheit ein bisschen kleiner sein. Machen wir davon mal vier Stück. Mal gucken ob ihr wollt. Äh. Hamburg Cargo. Ja. Das geht. Ich meine wir haben doch die grossen Docks jetzt genommen. Aber okay. Das sind natürlich auch coole Schiffe. Das müssen ja nicht irgendwelche Riesen sein. Sie kommen ja nicht aus dem Meer oder vom Meer. Sondern die kommen tatsächlich aus Weisswasser raus. So. Das dauert jetzt ein Momentchen. Da brauchen wir Geduld. Ja. Ich kann natürlich auch ein bisschen schneller machen. Uns fehlt natürlich immer noch der Zug. Das werden wir dann gleich mal noch angehen. So. Numero Uno ist hier. Wieder mit normalem Tempo. Ja. Das sieht schon cooler aus. Hier mit der Werft halt noch. Da hinten der Bahnhof. Mal einsteigen. Ja. Im Prinzip wäre es ja angenehm. Also eine Schiffsfahrt zu machen. Weil das ist natürlich eine komplette Entschleunigung. Das ist klar. Aber irgendwie wenn ich dann so zwei Minuten im Schiff drin bin. Also jetzt hier beim Spiel denke ich mir. Oh. Ich möchte eigentlich schon noch weiter bauen. Ich hätte jetzt da noch eine Idee für da hinten. Und da eine Idee für da vorn. Gut. Wir gehen raus. Hamburg. Äh. Können wir hier noch kurz was mit Strassen machen? Weil das müssen wir wirklich halt machen. Bevor da irgendwie alles zugebaut ist. Äh. Jetzt rechnet es wieder. Äh. Was rechnet es denn schönes? Oder ist gerade am Abstürzen? Das waren nur zwei Schiffe. Die Musik läuft noch. Ich mache mal Escape. Oh puh. Hat geklappt. Okay. Was hat denn im Spiel jetzt nicht gefallen? Wisst ihr was? Hä. So was leert einen dann schon. Wir machen hier kurze Sicherheitsspeicherung. Was wir haben, das haben wir. So. Und jetzt nochmal schnell schauen. Mit den Strassen. Jetzt müsste es eigentlich auch gehen. Sobald ich hier hinkomme, friert es ein. Jetzt geht es wieder. Ja. Das geht sogar ohne, dass wir hier was kappen. Das ist natürlich sehr schön. Geht das auch bei den Querschlägen? Oh. 10 Gebäude. Nein. Das geht dort nicht. Dann machen wir es halt mal so stufenweise. Ja. Man sieht schon, es geht nicht überall. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Aber jetzt haben wir so etwas wie eine Hauptstrasse durch die Stadt. Das kann ich schon wieder nicht mehr bewegen. Kann es sein, dass das Parkhaus ein bisschen eine Macke hat? So. Das wollte eigentlich nicht. Das hat immer funktioniert. So. Ja. Sonst haben die halt hier so eine Altstadt. Das ist ja auch nicht so schlimm. Gut. Was wollte ich denn jetzt noch? Genau. Der Zug fehlt noch. Wir wollen noch hier von der Raststätte aus. Genau. Die wir seine Gleiswasser haben nutzen. Hier durchdüsen. Hier rüber. Und dann hier ausfädeln. Und hier in den Bahnhof rein. Deswegen. Wir machen jetzt die Zuglinie nicht mehr. Weil die Folge ist fast rum. Aber wir machen den kleinen Bahnhof hier hin. Da könnte man natürlich theoretisch sogar eine Spitzkehre nehmen. Weil ich ja nichts grosses möchte. Wir machen eine Spitzkehre. Mit einem Gleis. Und machen. Äh. Ja. Strassenverbindung gestartet. Und machen. Da ein paar eigene Gebäude ran. Sozusagen. Machen wir dich mal hier hin. Sollen wir dich hier oben hin machen? Ne. Ich finde eigentlich hier fast netter. Also. Einmal hier so ein Gleis. Dann schnappen wir uns schnell. Die Mods. Da. Da haben wir so einen Güterschuppen. Der Güterschuppen Ingo zum Beispiel. Jetzt ist es hier natürlich wieder nicht flach. Da müssen wir nochmal kurz abflachen. Oder wir stellen das halt hier hin. Das gute Stück. Bearbeiten. Beziehungsweise bemalen werden wir das auch noch. Ist das okay so? Ja ne. Das fliegt halt. Im Prinzip müsste man das erst einflachen. Bevor man irgendwas drauf setzt. Ist klar. Aber ich habe auch schon mal gesagt. Ich mag halt tatsächlich nicht. Wenn es überall gleich ist. Also die gleiche Höhe alles. Das finde ich einfach nicht schön. So. Okay. Passt das so halbwegs vom Einflachen? Ja. Das Gleis ist ein bisschen weiter unten. Das ist in Ordnung. Aber jetzt sollte das hier eben nicht mehr fliegen. So. Einmal so. Einmal so. Was haben wir sonst noch Schönes? Eine riesen Schenkerhalle. Die würde hier eigentlich auch noch hinpassen. Allerdings. Wir sind hier schon wieder im Bereich ausserhalb. Das hätte doch was. So hier irgendwie mit dem Dach rüber. Ein bisschen drehen. Ich baue das mal. Gucke es mir mal an. Ja. Finde ich nett. Hier dann. Diese Gebäude sind fast ein bisschen beschützt aus. Doch dieses grosse. Eben. Das ist natürlich jetzt im Ansatz noch nicht mal fertig. Hier gehören noch Strassen hin. Hier gehören LKWs hin. Hier müsste bemalt werden. Das machen wir alles. Wobei. Wisst ihr was mir nicht gefällt? Das ist irgendwie viel zu krumm. Also ich weiss auch nicht. Und dieses Beschützen. Hm. Öl passt auch nicht. Was ist das hier? Eine Lagerhalle. Ja genau. Sowas. Sowas Kleineres. Gefällt mir wesentlich besser. Einmal hier so ein Teil. Dann haben wir hier noch. Mal schnell gucken. Lagerhalle Wellheim. Wir haben ja dermassen viele Sachen hier. Das können wir alles wunderbar benutzen. Ja. Hier noch zwei so Häuschen. Und hier hinten sind dann die Stadtgebäude. Beziehungsweise die Gebäude die man setzen kann. Jetzt fehlt mir hier noch was. Vielleicht so eine Tanke. Das wird zwar kein Diesel sein. Aber irgendwie passt doch auch. Das kann ich sogar hier reinsetzen. Ja dann machen wir das. Okay. Jetzt wie gesagt. Die Bemalung fehlt noch. Aber sonst ist das doch schon eigentlich jetzt ein cooler Bahnhof. Gut. Und morgen gibt es hier die Gleise. Die gehen hier dann durch den Bahnhof durch. Ja ja. Das werden wir alles noch hinkriegen. Gut liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe euch ein bisschen gefallen. Und dann sagen wir Tschüss mit der schönen BR 103. Das ist doch immer wieder eine Augenweide. Danke fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.